Socken, Socken, Unterhose, Unterhose, aber da kommen doch noch andere Geschenke, oder? Ne, 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 du Vogel, das war's, Weihnachten ist vorbei. Da kommt nix mehr, Schluss, Ende, aus, vorbei. Haha, du bist raus. Was? Weihnachten ist vorbei? Kannst du mal schön vergessen, weil morgen ist der 4.01. und um 12 Uhr schaue ich bei den Barbecue-Freunden auf dem Kanal nach. Da kommt irgendwas. Ihr solltet mal schauen. Ich denke, ich sag nix, nachschauen auf allen Kanälen der Barbecue-Freunde. Schaut mal nach, wird sich lohnen. Eventuell, vielleicht, Garantie. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020